Moin moin liebe Freunde, wir sind wieder unterwegs. Wir befinden uns in der Grenze zu Dänemark und sind ganz entspannt losgefahren am Morgen. Und dann in diesem Örtchen angekommen bei strahlendem Sonnenschein und wir haben ja auch unseren ersten Cash schon gefunden, nachdem wir unsere Fahrräder vorbereitet haben für heute schon und der sieht so aus und könnt ihr mal sagen, was ihr von diesem Cash-Behälter haltet, für mich ist das eine Schnapsflasche, ist auch schon ein bisschen schimmlig, ja, ist ja auch, ja, eigentlich nicht so nice, der erste Cash hier in der Nähe von Dänemark, also es kann nur besser werden. Wir sind jetzt an der Glingöre. Glingöre. Ist das etwa eine Schahatsuche? Oh, ne, doch nicht. Doch, wir wollen einmal. Schade. So, jetzt suchen wir hier. Hey, Habi. Hey. Easy. Easily peasily. Da sehen wir einen Stein. Und da ruht's, gell? Oh, das ist aber ein Geocaching-Zeichen. Voll cool. Ja, tatsächlich. Ein bisschen. Dreh mal ein bisschen. Cool. Cool. Guck mal, ein Cash-Behälter im Cash-Behälter. Ein Cash-Behälter im Cash-Behälter. Man, die haben das hier wohl mit doppelt, äh, doppelt Dosen legen. Da geht einer vermutlich auch nochmal sicher. Sehr gut. Check. Good morning in the morning. Schöne Luft. Reine Luft. Und wir stehen jetzt hier auch schon am nächsten Spot. Und, äh, ich würd sagen, wir suchen doch jetzt erstmal den Cash. Wir machen jetzt erstmal eine Serie aus neuen Cashs. Und da muss man sich halt wie gewohnt, äh, die, äh, Bonus-Nummern merken, um dann ein Bonus-Cash zu erhaschen. Und das werden wir doch jetzt auch tun. Amen. Oh Mann. Da hat er ihn schon wieder gefunden. Ich mein... Unter dem Stein, oder was? Man sieht den Cash-Behälter Stein nicht. Oh, ich hab's echt geahnt. Oh, das ist aber richtig cool. Not bad. Ist das ein richtiger Stein? Das ist ein echter Stein, ja, Alter. Wie hat sich einer so viel Mühe gemacht und das rausgeschaut? Wie geht denn das? Mit so einem Wasserbohrer oder so, oder? Guck mal, das ist mal mit Beton ausgegossen hier. Nein, das ist aber richtig, richtig geil. Not bad. Not bad. Ja, ja, ach ja. Ja, hier, hier kommt er, ne? Ja, und ich muss sagen, ich bin hier schon zweimal rumgelaufen in diese Bushaltestelle und hab nichts gefunden. Ähm, aber Lisa hatte das bessere Auge bewiesen. Und sie zeigt euch mal, wo hier was ist. Seht ihr das? Jetzt kann man das sehen. Ich hoffe, man sieht das. Da ist er. Richtig cool. Also da mussten wir echt ein bisschen länger suchen. Aber das war auch der neunte von den neuen Cashs, die ich vorhin erwähnt habe. Jetzt müssen wir einmal die Bonuszahlen zusammenrechnen und dann kommen wir auf den Bonus Cash. Tatsächlich. Dann haben wir die Reihe abgeschlossen. Haben wir abgeschlossen, machen wir aber erst, wenn wir aus Dänemark wieder zurückkommen. Denn jetzt geht es mit unseren Bikes erstmal nach Dänemark. Ab über die Grenze. Ja. Ab über die Grenze. Ab über die Grenze. Ab über die Grenze. Auf. Ab über die Grenze. was es so gibt. Und wir befinden uns jetzt hier. Und das sieht so aus. Dieser hat doch schon was gebunkert und das TB-Hotel ist tatsächlich einfach mal mitten im Wald. Ein Briefkasten. Ein richtig schicker Briefkasten. Richtig cool. Kurz vor der Grenze nach Dänemark. Ja, hat sich einer gedacht, mach ich hier mal ein TB-Hotel. Finde ich richtig cool. Und check, ne? Check. Achso. Wir sind jetzt tatsächlich in Dänemark und ich habe, muss ich sagen, noch nie ein Cash in Dänemark loggen können. Und wir sind hier schon auf der Spur. Wir müssen jetzt hier... Ich komme nicht durch. Komm ich denn hier durch? So. Der Rucksack hält nicht auf. Der Rucksack will nicht, dass ich diesen Cash kriege. Schön durchs Dickicht. Und da vorne wartet schon jemand auf mich. Und dieser jemand ist... Der Cash. Und Spaß. Da. Da ist er. Der erste Cash in Dänemark heute. Wir haben ja schon mal einen gehabt. Das war auf der Öresundbrücke, weißt du noch? Ah, genau. Der Earth Cash. Der Stehen habe ich ja fast vergessen. Das Video haben wir... Verlinken wir jetzt mal hier oben. Und da seht ihr dann auch den Earth Cash auf der Öresundbrücke. Ja. So Leute, wir sind jetzt hier an einem richtig geilen Ort angekommen. Kai macht sich das hier schon richtig gemütlich. Gönnt euch das mal, wie das hier aussieht. Voll schön, oder? Ja, hier macht man doch gleich mal ein Nickerchen, ne? Mach mal nickig. Wir haben es ja auch noch nicht so spät. Kurz nach drei haben wir es tatsächlich erst. Mittagsschlaf. Mittagsschlaf. Ich bin nur ein Tourist. Was machen sie hier? Ich möchte diesen Cash loggen. Oh, so sehen norwegische... Dänische. Dänische Brotdosen aus. Die guten alten dänischen Brotdosen. Die guten alten Systema Brotdosen. Das ist der zweite in Dänemark. War der zweite heute, oder? So viele dänische Catches. Auf jeden Fall ist die Aussicht richtig geil. Da haben wir ja eben unten schon gesessen. So Leute, mit unseren Drahteseln sind wir hier gut unterwegs. Und die Lisa ist schon ziemlich durch mit ihren Beinchen. Ich bin bei der Lunge. Ich bin bei der Lungeski. Wir haben ja aufgehört zu rauchen, aber es reicht noch nicht. Das war so ein Anstieg, ey. Bestimmt 88 Prozent. Bestimmt. Und jetzt wird es erstmal abgechillt hier auf dem Steinski. Dann werden noch ein paar Picks gemacht. Und hier muss auch der Catch sein. Ja, aber ich bin jetzt noch nicht mehr. Ich guck mal, wo er ist. Mein Dänisch reicht noch zu aus für diesen dänischen Hinweis. Er hat mir gesagt, an der Südseite der Straße liegt ein hölzerner Pfad. Und diesen hölzernen Pfad, den habe ich jetzt hier auch schon wieder entdeckt. Und da ist er. Dann haben wir wieder die gute alte dänische Dose. Das war der nächste Cache in Dänemark. Ich glaube Nummer 4. Und ja, das klappt. Die Sonne scheint. Und jetzt können wir uns wieder mal loggen. Und dann geht es weiter auf unserem Cache Trail. So Leute, wir sind hier jetzt tatsächlich an der Brücke angekommen, wo die Grenze zwischen Deutschland und Dänemark ist. Hier am ersten Stein sieht man die dänische Grenze. Ach so, die deutsche. Ach so, die deutsche. Und dann geht man über die Brücke. Darf man nicht mit dem Fahrrad. Und da hinten, da ist der andere Stone. Da ist dann Dänemark. Coole Sache. Mal eine kleine süße Grenze hier. Und hier ist auch noch ein Cache. Hier ist auch noch ein Cache, genau. Und schon unter der Brücke angekommen. Lisa hat die nicht gefunden, aber ich. Und da ist er. In Richtung Deutschland. Das ist definitiv der letzte vor der Grenze. Das ist doch mal der letzte vor der Grenze. Das ist Kacke, oder? Check, check. Ist das Kacke? Cool. Ist das Kacke? Nein, das ist keine Kacke. Das ist der Cache. Hier in einem Kackbeutel. In einem guten alten Kackbeutel befindet sich der gute alte Cache. Also eigentlich wollten wir jetzt nach Hause und Kai. Ich möchte ja aber auf die Mitfahrbank. Da oben seht ihr sie. Kannst du ja sagen? Richtung Fahrrad. Und dann bist du mitgenommen, wenn er dich hier auf die Bank setzt. Nie muss. Da vorne ist die Busse, ne? Aber man kann auch auf die Mitfahrbank. Finde ich total cool. Finde ich echt richtig cool. Ist das sowas, wie heißt denn? Uber und so, ne? Sowas in der Art wäre das ja dann. Weiß nicht. Uber ist ja eigentlich was anderes. Naja, aber es ist auch so eine Mitfahrgelegenheit. Ey, wie cool. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch sowas cooles bei euch in der City habt. Ich hab's noch nie gesehen. Ne, ich hab sowas auch noch nie gesehen. Richtig gut. So, jetzt lass uns nach Hause. Ich hab Hunger. Ich möchte grillen. Let's go. two. phảiigh nogle. bailelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele вс новый prosekum « cubic